Ringe scheißen, Alter. Das ist sowieso... Meine Message ist da. Du meinst die drei Kisten? Ja. Ich haße es mit rutschigen Füßen ein Auto zu fahren, ne? Ich habe immer das Gefühl, du rutschst bei jedem bisschen ab. Ich bin dran. Wunschung. Wunschung. Alter, du kannst ja deinen Nachbarn bespannen. Bespannen. Ansperrn. Ja, genau. Der ist super bespannt. Deine Witze liegen am Haus, nicht an deinem Humor. Ja, wir kochen jetzt. Wir machen jetzt Döner. Schmeck dich weg. Das habe ich doch eben schon gesagt. Ich höre nicht. Joshi, komm her. Kannst du es machen? Ich will nicht alleine sitzen. So, das ist One-Woman-Show. Das ist Stasis-Kanal. Die Pfeffer, die würden Schmerz empfinden können und nicht sagen. Oh mein Gott. Wir machen Brat. Schaut euch das an, wie sie Tomaten schnauert. Ja, mancher. Was ist eigentlich Autofokus? Das sprookistiert an Autofokus. Ich habe reingesucht. Ich muss wirklich umschwenken. Ich hasse Tomaten. Ich wollte gerade sagen, dass ich von der Schönheit habe, aber dann kam der Hass mit. Also noch eine. Sieht aus wie ein Arschloch von der Tomaten. Du bist ein Arschloch von der Tomaten. Los. Willst du mir die nicht erst waschen eigentlich, Lena? Haben wir da was vergessen, Lena? Ja. Lena! Ich wasche mir die Tomaten jetzt auch gleich. Keine Pestizide in meinem System. Alter, du machst was viel zu krasses. Ich kann das auch nicht. Weißt du, wie oft ich koche, Lena, wozu? Zwei Mal. Nur mal. Schnabbel Tomatenpack. Das Geile ist, ich kann nicht beides einfangen. Deswegen darf ich in der Mitte und sehe nichts von beidem. Beides kann man nur erahnen. Wofür habt ihr eigentlich das Schneidebrennen? Was ist das überhaupt? Was ist Leben? Zeit. Was passiert mit euch eigentlich gerade? Ihr werdet viel zu sehr pläsiiert. Wir sind in der Wohnung. Wie gesagt, der Humor ist in der Wohnung, nicht in dem Ende. Ja, was war denn all die Jahre davor? Lidl, Aldi. Der war so schlecht. Danke. Freude, vorweg, Gips. Vorreppi. Wie schneide ich mein Zwiebeln? Was sind Zwiebeln? Ach Gott, muss ich das jetzt wieder machen? Oh, das war ein bisschen zu fett. Was? Ich kann das nicht. Soll ich Zwiebeln schneiden? Nein. Ich kann das auch machen. Das Pellen kann ich einfach nur nicht zwiebeln. Schneiden ist ja nicht schwer. Schneiden? Das wird zerserend. Ich weiß, dass ich das nicht soll. Ich weiß nicht mehr, ob wir das wirklich machen sollen. Er recordet. Also, ein bisschen recorden können, ja. Wenn du es schneidest schon. Achso, wenn du es schneidest. Ich muss weinen, aber nicht für den Zwiebeln. Alter, ich kriege mir so ein Haltkopf. Jetzt ist es weg. Nein. Es wird schlimmer. Ich sehe nichts. Ja, siehste. Und jetzt, mach noch ein Video. Mann, die brennen, wenn du die Augen so übelst. Das war Ironie, natürlich, brennen da oben. Das sind Zwiebeln. Ich muss nicht wirklich nach oben gucken. Oh, nee, ey. Wer war die Zwiebeln? Ich war Zwiebeln. Das ist der Letzte, den wir uns jetzt... Okay, ich hab ihn, Lena. Nein. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist dein Gott. Ich glaube das ist nicht so. Oh, das ist mal abends. Stopp, ey! Wir haben uns bein. Ja, wir haben uns gehofft. Das war genau da. Das war genau da. Das war genau da. Irgendwann läuft halt nicht mehr und ich... So. Das ist ein lustiges Kuss. Mal den Schritt zurück. Ich mach die Kamera mit. Oh Gott. Die war überhaupt noch nicht mehr. Nein. Ja, das war der Hammer. Nee. Das ist der Hammer. Die Streichel. Nicht nur. Ich will das nicht. Gott, ich weiß nicht, warum ich das so fucking geglaubt. Das ist sexualisiert. Ja, verstanden. Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Wir sind das Essen, wir sind die Jäger. Ja, ich... Geschäfte zuhersingen! Was? So. Ja. Voll, ich... Ja! Ja, ich... Ja, ich... really... Das ist toll... Das sind schon... Was hast du gesagt? Nein, jetzt musst du nur sagen, ich bei Elite-Partner. Ich bei Elite-Partner. Sind sie das wirklich? Können wir das machen? Können wir das machen? Ja, ist das so gut. Aua, du bist auf der Kette! Und die ist noch da und sie droht, dann bin ich über den Ofen. Alter, du fucker, du bist viel zufrieden. Dieser arme Herd, er weint eigentlich innerlich, weil er nur das gemacht hat, was du ihm gesagt hast. Das ist mich oder dich? Mich. Dieser Unterschied zwischen gut und ekelhaft. Lutsch mal so ein Stück, vielleicht schmeckt es ja. Ich würde schon nichts. Kannst du es nochmal sagen? Ich würde schon nichts. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nee, da ist die Action. Ma'am, da ist die Action. Ich möchte nicht den Tisch kurz machen. Das ist nicht meine. Das ist nicht meine. Wir hätten die singen gerade über Selbstmord oder so. Das klingt aber okay. Aua, au. Mord. 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 Du hast die helftes als Projekt verstanden. Ja, mehr brauche ich nicht. Wir waren einfach so akkurat und abgeschüttet. Das ist wirklich mit so einem Zentimetermaßen und einer Wasserwaage. Jedes Mal, alle drei Tage. Ich wollte ein paar Fragen trillen und dann dachte ich mir, das ist irgendwas wie der von Adam oder Bruce. Ich wollte es einfach mal gelassen. Ich wollte es in der Uni von daher. Ich stelle ihn schon nicht einfach. Ich weiß nicht, was ich da tue. Ich glaube sie versuchen zu kommunizieren. Oh, oh mein Gott. Oh, das ganze Ding ist... Ja, ist... Ah! Ich habe schon die Beine geklemmt. Schön, wenn ich eine Rutsche. Wo ist das Messer? Oh. Ja, das war's. Das Video hört ihr auf. Äh, mehr haben wir nicht. Wir haben an dem Tag ziemlich spontan entschieden, einen Vlog draus zu machen bzw. Lena, Lena, das entschieden ich nicht. Ich würde sowas jetzt öfter machen und dann auch ein bisschen besser geplant, dass ich dann... Und vor allen Dingen nicht mit so einer lauten Musik im Hintergrund. Das war schrecklich beim Schneiden. Ich konnte keine eigene Musik drunter machen, weil es einfach nur genervt hat. Ähm... Ja. Ja. Äh... Ich bin raus. Ciao. BIN. Untertitelung. BR 2018